Bummelige Tasse Bohnenkaffee. Möchtest du noch einen Schluck Kaffee? Dann hol ich den einen. Och, habe ich so schnell getrunken? Ne, du hast ja auch Milch drin gehabt, der war ja kühler als bei mir. Du hast ja Funk, ne? Ja, dann nehme ich nochmal. Ich hab Funk, ich hab dein Funky-Funk. Ich kann dir noch ein Käffchen holen. Dann laufe ich mal kurz die 5 Meter. DAW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Ich suche, weil das nie viel gehört. Weil? Passiert. So. Einfach so passiert. Ja, ist der Greatest Drummer on the World quasi. Also zumindest im Rock-Bereich. Dave Grohl und leider gerade verstorben ja unser lieber Freund Taylor Hawkins. Yes, genau. Aber kennst du das nicht? So manche Bands oder Künstler gehen einfach an dir vorbei. Ja, ich könnte ja sagen, welche. Die steht direkt hinter dir, da oben. Deep Purple. Deep Purple. Das Album Machine Head ist um Jahre an mir vorbeigegangen, weil da nämlich Smoke on the Water drauf ist. Ja. Und ich hasse Smoke on the Water. Wenn du das so aufgespielt hast. Ja, also jedes Zeltfest, mindestens zweimal der DJ Smoke on the Water. Und dann unzählige Bands, die sich daran vergriffen haben, die es nicht gut gespielt haben. Und dann bist du irgendwann müde, kannst es nicht mehr hören. Es ist halt auf diesem Album drauf. Aber auf dem Album ist halt auch Highways da. Ja, da hatten wir es ja letztes Mal schon. Und ich bin so infiziert und das ist auch eben Jahre an mir vorbeigegangen, bis ich dann halt letztendlich, könnte ich dir gleich noch mal kurz zeigen, die Doku dann von denen gesehen habe. Und dann war ich komplett infiziert und habe gedacht, was eine geile Band irgendwie. Wirklich. Also Deep Purple. Hör zu. Großartige Musiker. Fantastische Musik gespielt. Wirklich auch fünf Friends in dem Moment. Also damals zumindest fünf Freunde irgendwie. Richie Blackmore ist ja dann ein bisschen individueller unterwegs gewesen. Aber hat ja auch nie schlechte Musik gemacht. Richie Blackmore's Rainbow hieß die Band ja danach. Ach so. Ach, dat ist der. Genau, der ist dat. Und heutzutage spielt ja Steve Morse bei denen. Sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Ich bin mega Gitarrist. Wie du weißt, so Name-Bashing ist immer bei mir so schwer. Ja, ja. Also Steve Morse spielt jetzt aktuell bei denen. Mega Gitarrist irgendwie. Kann clean spielen, kann verzerrt spielen, kann solo, kann schnell, kann langsam, kann alles irgendwie. Weiß jeder, dass der Gott ist. Und vor ihm hatten sie so ein kleines Leck. Die hatten ein Loch irgendwie während der Tour und brauchten einen Ersatzgitarristen und haben dann mal kurz bei Joe Satriani angerufen. Oh, ja. Und der hat gesagt, der wurde von seinem Manager angerufen. Und der Manager sagte, die Purple, die brauchen hier einen Ersatzgitarristen. Kannst du mal kurz einspringen? Ha, ha, verarschen kann ich mich selber. Bup, aufgelegt. So eine Nacht drüber geschlafen. Verdammt, wenn der das ernst gemeint hat. Er hat nochmal angerufen, steht das Angebot noch? Ja klar, die brauchen dich dringend. Du fliegst morgen nach Japan. Oder war sogar gerade in Japan irgendwie. Ich hab dann schon gebucht für dich. Und dann dahin. Und dann hat er tatsächlich den Japan-Teil der Tour für Die Purple gespielt. Und danach haben sie sich dann Steve Moss gekrallt. Und der ist seitdem in der Band. Der war da das Kitt. Weil die waren ja alle schon länger dabei als er. Und ja, ist seitdem bei Die Purple. Und eine fantastische Geschichte wirklich. Wo du dieser Doku über Die Purple dann auch siehst. So ein Making-of über das letzte Album oder das vorletzte Album. Und dann wirklich siehst, wo dann auch die Geschichte von denen erzählt wird. Und wo dann auch klar wird, dass das halt über die Jahre sicherlich alle ihre Egos hatten und so weiter. Aber dass das jetzt einfach fünf ältere Herren sind, die verdammt gut Musik machen können. Und das halt sehr gerne zusammen machen in der Familie. Und da stehst du dann wirklich vor. Und wenn die so nach Jahren dann auch stehen und mit Tränen in den Augen erzählen. Das ist nicht gefakt irgendwie. Das glaube ich, dass es nicht gefakt ist. Mit Tränen in den Augen erzählen, wie John Lord, der Hammond-Spieler, wie der gestorben ist. Einfach auch. Und wie herzlich das Verhältnis mit dem war und so weiter. Dann denkst du schon, mein Herz, ich kann das nicht so gut haben irgendwie. Aber ja, deswegen bin ich jetzt mit Die Purple gerade aktuell sehr infiziert. Jahrelang an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, wir machen mal eine kurze Geschichte lang oder umgekehrt. Ich sage einfach mal guten Tag, nachdem wir diese lange Vorgeschichte hier gehabt haben. Dann wollte ich da heute die Begrüßung machen. Okay, dann fang du an. Ich habe nichts gesagt. Herzlich willkommen, nämlich heute aus Studio A des Recording-Blogs. Da sind wir immer in Studio B, also bei mir, im Story & Master Studio. Heute sind wir hier im unfassbaren Studio A, Recording-Blog Münster City, beim lieben Jonas zu Gast. Und deswegen darf ich heute die Anmoderation machen. Und das habe ich mir überlegt. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wann fängst du damit an? Achso. Wir hatten auch schon Quarkbällchen. Wir hatten Quarkbällchen. Wir haben eine bummelige Tasse Kaffee. Und ich erzähle gleich, warum ich... Und tatsächlich auch Bohnenkaffee. Ja, warum ich gerade aus Berlin gekommen bin, aber nicht ohne vorher meinen werten Gast zu begrüßen, den lieben Björn Schlüter, der mich heute hier in Münster-Wolbeck im Junior-Studio begrüßt. So heißt es nämlich, erklär dir gleich warum. Die goldenen Ohren von Wolbeck, die fantastische Frisur aus der Parkstraße. Hier ist er, der einmalige... Du meinst aus Holtwig, nicht von Wolbeck. Aus Holtwig bist du doch, oder nicht? Habe ich Wolbeck gesagt? Wolbeck. Ich meinte aber Holtwig natürlich. Also Björn Schlüter, vielen Dank, dass du gekommen bist heute mal zu mir. Ich freue mich, dass ich tatsächlich hier bin. Also ich hatte ja gerade eine Studio- und Hausbegehung. Ja, die Leute wissen das vielleicht noch gar nicht, weil die uns oft zusammen wahrnehmen, aber du bist heute das erste Mal in meinem Studio. Tatsächlich. Ich bin, also selbst deine Frau war ganz überrascht, dass ich noch nicht hier war bisher. Und ich muss sagen, also sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schönes Studio. Ja, meine kleine Rumpelbude hier. Genau, eine Kreativhöhle sozusagen. Mit aber ganz, ganz viel toller Technik, irgendwie tolle Sachen, tolle Instrumente, ganz viel Platten, irgendwie Cover, Poster. Das finde ich total cool. Das gefällt mir richtig gut. Höhle, das trifft es glaube ich am besten irgendwie. Ja, Kreativhöhle. Und ich muss zugeben, ich war ein kleines bisschen aufgeregt, weil wenn die goldenen Ohren von Holtwig kommen und sich hier an meinen Sweetspot setzen und wenn es dir nicht gefallen hätte, hätte ich schon wieder anfangen müssen zu denken, verdammt nochmal. Aber du hast zumindest schon mal nicht verzerrt die Augen verdreht. Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich meine, die Lautsprecher kenne ich ja gut. Mhm, genau. Die habe ich ja auch gehabt. Die KH310 von Neumann, genau. Genau, und der Subwoofer, das ist mir alles geläufig irgendwie. Und du sitzt ja auch relativ nah dran. Ja, tatsächlich, genau. Es sind 1,10 Meter sind es genau. Genau, und das macht aber auch total Sinn, finde ich, so in dem Setup, auch so hier in dem Raum. Und echt top, also schöner, klarer, direkter Sound irgendwie, so wie ich das auch von den Boxen her kenne. Also ich habe ja auch, weißt du ja, ich habe ja nie gesagt, ich kaufe mir jetzt Amphions, weil die KH310 schlechte Monitore sind oder so. Ganz im Gegenteil. Aber du weißt auch die Vorteile oder die, was heißt die Vorteile, die Unterschiede zu den Amphions halt. Ja, also das ist nochmal eine Baustelle drauf. Das ist aber auch, wenn du sie kaufen würdest, natürlich nochmal eine Baustelle drauf. Das ist nochmal eine Kategorie drüber. Also guck mal hier, das ist jetzt nicht günstig, dieses Pärchen. Ich denke, das ist preiswert mit dem Subwoofer zusammen. Aber du bist hier schon in der, wo bist du? 5.000? Euroliga ungefähr, ne? Vorteil halt, mit dem Einmesssystem von Neumann hast du auch direkt eine Raumkorrektur mit drin, die du einmessen kannst, weil es mega sexy ist. Das heißt, ein Conny Q wie du brauche ich zum Beispiel nicht. Aber ich wollte ja erzählen, warum ich, warum das das Juniorstudio ist. Ich habe mich vor vielen Jahren, habe ich mich bei der GEMA angemeldet. Oh. Und da hat er da gesagt, ja, wie heißen sie denn? Ja, Jonas Wagner. Oh, den haben wir schon. Hä? Ja, den haben wir schon. Nur einmal vergeben? Ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auf der ganzen Welt nur, den haben wir schon. Das können wir so nicht machen. Okay. Ich saß so am Telefon und er so, Junior? Geht das? Jonas Wagner Junior? Ja, das können wir machen. Ja, alles klar. Dann tragen Sie das ein, bitte. Und seitdem heißt dann mein Studio auch konsequenterweise das Juniorstudio hier in Wolbeck. Also, ich weiß nicht, ein Studio braucht einen Namen. Storia Maastring Studio, Juniorstudio. Auf jeden Fall habe ich mir damals gedacht, das wäre eine gute Idee, das Juniorstudio zu nehmen. Da fällt mir eine witzige Geschichte, wobei eine witzige Geschichte ist eigentlich nicht, aber ein sehr guter Freund von mir, den ich leider schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Wo ich gerade dieses Jonas Wagner, nee, den haben wir schon. Also, im Sinne von, es geht nur einmal. Da fällt mir ein, immer, wenn man mit dem im Restaurant, also liebe Grüße an der Stelle, an Mattes, falls du das hörst. Okay. Sitz mit dem im Restaurant und sagst, ja, ich hätte gerne Cola. Und in dem Moment sagt er, oh, scheiße. Und dann guckt die Kellnerin, was ist los? Ja, jetzt hat er schon die Cola, die wollte ich ja haben. Also, ein Running Gag, der immer wieder für sehr viel Empörung beim, ja, in den Gastro-Wirtschaft dazu geführt hat. Aber das nur am Rande. Darum hat es ja heute nicht geht. Aber eine geile Geschichte, aber eine geile Geschichte. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ich komme gerade aus Berlin tatsächlich, bin gerade erst aus Berlin wiedergekommen, kurz bevor du gekommen bist. Die Currywurst gerade runtergeschluckt. Ich habe noch nicht mal eine Currywurst gegessen in Berlin. Ich habe nur eine Bratzwurst gegessen, aber immerhin die. Ich war nämlich auf der Superboost 2022, da im Vez, ich weiß gar nicht, ob das ein Jugendzentrum ist, aber direkt in der Wuhlheide. Die Wuhlheide ist ja so ein großes Naherholungsgebiet im Osten von Berlin. Und da gibt es ja auch eine Veranstaltungsstätte, die Wuhlheide. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Seed haben da früher viel gemacht und so weiter. Ja, ein Name sagt mir was. Ja, Mario Barth ist da aufgetreten. Ein geiles Amphitheater, glaube ich, so ein Ding irgendwie. Ah, ist das die Waldbühne? Nee, nicht die Waldbühne. Also in der Wuhlheide ist halt diese Veranstaltungsstätte. Und da gibt es halt auch dieses Jugendzentrum, ist das, glaube ich, aber auch irgendwie Kultur- und Jugendzentrum. Und da findet dann halt die Superboost statt. Die Superboost ist im Prinzip eine Messe, wo es hauptsächlich um Tasteninstrumente geht. Und ich hatte erst lange überlegt, ob ich wohl hinfahre. Und habe gedacht, ja, das Tasten ist ja jetzt nicht so meins. Ich habe hier zwar Tasten, aber die bediene ich ja auch eher schlecht als recht irgendwie. Also das geht nur in Verbindung mit einer DAW, also langsam und überlegt und so weiter. Aber sieht ja immer gut aus im Studio. Ja, vor allem kann man die blaue Leuchte da sehen für die Leute, die uns bei YouTube sehen. Die sehen hier unten auch das blaue Licht dann leuchten. Was tut es? Es leuchtet blau. Das bestimmt nicht. Fantastisch. Und ja, dann bin ich halt auf der Superboost gewesen und lauf da so rüber. Und als erstes lauf ich natürlich in so einen Stand mit so Modulen. Es gibt ja diese Synthesizer, diese Analog-Synthesizer, die du aus Einzelmodulen zusammenbringst. Modular Synthesizer, genau. Und da kannst du dich ja doof und dusselig kaufen. Also wenn es Leute gibt, die sich mit 500er-Modulen, also Pre-Ams, Kompressoren etc. PP und so weiter, die glauben, dass man da viel Geld versenken kann. Die sind komplett auf dem Holzweg, weil so ein 500er-Rahmen, der hat ja in der Spitze, wenn da einen, ich glaube von Heritage gibt es einen mit zwölf Einschüben. So, also maximal auf 3 HE irgendwie 19 Zoll. Du kannst ja davon mehrere übereinander machen irgendwie. Aber am Ende des Tages siehst du dann so ein Rack von so einem Modular-Synthesizer. Die sind, ja, die sind so groß wie dieser Raum. Ja, ja, genau. Und da hast du Platz für eine Milliarde Module. Und es gibt auch eine Milliarde verschiedene Module. Und nicht nur das. Es gab im Keller von der Superboost, gab es noch eine DIY-Werkstatt, wo du mit Lötkolben und Teilen dir das Zeug selbst löten konntest. Und ich dachte schon, oh Gott, ich bin jetzt in Nerd City irgendwie. Für alle, die, damit jetzt gar nichts anfangen können, empfehle ich mal bei Instagram mal dem Hannes Biger, heißt er. Ja, das ist so ein Künstler aus... Das ist ein Redakteur auch, glaube ich. Ja, ja, der macht auch, glaube ich, für Sound und Recording oder so. Ja, genau, ja, ja. Der macht super viel, ist auch Mixing-Engineer. Der hat auch einen wunderschönen Manultag-Equalizer-Denkt. Ah, ein schlauer Mensch. Ein schlauer Mensch, genau. Einfach mal bei Instagram schauen. Hannes Biger heißt der gute Mann. Und der hat auch so eine, ja, andere nennen das dann Schlafzimmer. Und er hat halt so ein Modular-Synthesizer-Wand-Raum. Ja. Irgendwas. Und wie gesagt, ich habe da auch den Ingo vom Producer-Network getroffen und der sagte, ich bin gerade geheilt. Ich kann jetzt hier durchlaufen, ohne Puls zu kriegen. Weil der war nämlich auch auf diesem Trip, Ingo drauf, hat er mir erzählt. Und da kann man sich halt doof und dusselig kaufen. Und deswegen dachte ich eigentlich, wäre verkehrt. Und habe dann aber trotzdem vor Ort eine ganze Menge nette Menschen getroffen, tatsächlich. Und das war eigentlich auch der Grund, weswegen ich da war. Ich war gar nicht so unbedingt wegen der Messe da. Unter anderem vielleicht auch, weil die Kollegen von Adam Audio mich eingeladen hatten. Weil wir haben da ein paar Boxen angehört, die neue A-Serie. Da kann ich gleich vielleicht noch was zu erzählen. Aber eben auch mit der Absicht, vielleicht treffe ich da so den einen oder anderen YouTube-Kollegen. Das ist ja gelungen, wie ich deine Instagram-Stories... Ach, mache ich jetzt auch Instagram? Ja, also da hat sich unsere Reise, die wir ja letzte Woche gemacht haben, schon mal gelohnt. Ja, zumindest dahingehend, dass ich da Awareness habe. Dass ich das jetzt also wahrnehme und integriere in meinen Alltag. Was nicht dazu führt, dass ich das schnell mache. Aber es geht einigermaßen. Aber ich habe getroffen zum Beispiel den Philipp von Abmischenlernen. Dann den Tillmann mit seinem Gitarrenkanal. Ich habe getroffen Gregor Bayerle von Prisonos, der die Studio One-Videos auch macht. Fantastischer Kerl und Unmengen anderer Leute irgendwie. Und eine Geschichte, die auch ganz spannend war. Ich lief so über die Superbooth und hatte so die Ausstellerkarte und dachte so, hm, wer ist denn jetzt noch dabei, den ich noch sehen möchte? Und so, Austrian Audio? Das ist ja cool. Weil das können die Podcast-Hörer nicht hören und ihr im Video auch nicht. Aber da oben hängt ein OC 818 von Austrian Audio. Und bin dann da halt in die hinterste Ecke irgendwie rein. Und habe dann da aber eine Privatvorführung bekommen tatsächlich. Die neuesten Mikrofone gesehen. Den neuesten Kopfhörer auch gehört tatsächlich. Den X65, so ein offener Kopfhörer. Der ja schon ziemlich gut klang. Und habe dann mit dem Ingenieur, der da gewesen ist, der hat mir auch eine ganze Menge dazu erzählt. Und ich muss wirklich sagen, und das habe ich ihm auch gesagt, und das mache ich nicht, weil ich schleime oder weil ich das OC 818 schon habe oder so. Sondern je mehr ich mich mit Austrian Audio beschäftige, umso mehr werde ich Fan, weil das eben nicht nur ehemalige AKG-Mitglieder sind, die jetzt halt Mikros unter eigenem Label bauen, sondern weil das Leute sind, die diese 100, 120 Jahre alte Technik-Mikrofon einfach neu denken. Also die nicht einfach, ich will das gar nicht respektierlich sagen, die nicht einfach nur ein weiteres Mikrofon bauen. Auf das keiner gewartet hat. Ja, so ne. Und es gibt ja auch nahezu keine schlechten Mikrofone mehr heutzutage. Sondern die die Idee weiterdenken einfach. Und da war jetzt zum Beispiel dieses dynamische Mikrofon, was sie hatten, das OD5 heißt das, glaube ich. Hat er mir dann erklärt, OD heißt Open Dynamic. Das ist also ein dynamisches Mikrofon. Ein Handheld quasi. Ein Handheld-Mikrofon. Es ist aber zum Beispiel ein aktives dynamisches Mikrofon. Mit anderen Worten, die haben den Cloudlifter quasi schon eingebaut, braucht auch Phantomspeisung. Dadurch hast du irgendwie bis zu 8 dB mehr Output als bei einem SM57 meinetwegen so. Und dieser Cloudlifter, der da eingebaut ist, also ist jetzt nur als Beispiel, dieser Vorverstärker, der ist halt auch angepasst auf die Kapsel, die da drin eingebaut ist. Und dann haben sie die Kapsel, die scheint so freischwebend zu sein. Wenn du dir das so anguckst, ist das halt nicht zu unten, sondern die haben sie irgendwie so freischwebend gemacht. Und ich sage, das sieht ja geil aus. Ich sage, da hat er einen ganz handfesten Grund. Weil wenn diese Rapper-Kollegen versuchen, dieses Nieren-Mikrofon ganz zu umschließen, und du weißt ja, was passiert, wenn man ein Nieren-Mikrofon unten zumacht, dann wird es nämlich zu einer Kugel. Das geht nicht. Also da brauchst du schon pranken wie Scheißausdeckel, würde man fast sagen, um da irgendwie drumherum zu... Das Mikro ist immer irgendwo offen. Und er sagt, du kriegst es halt nicht zu. Und deswegen bleibt das Niere, egal ob der Rapper drum packt oder nicht. Und da freut sich halt der Toningenieur. Und dann hat er den Deckel abgeschraubt. Ich bin totaler Fan geworden. Dann hat er den Deckel abgeschraubt und hat mir gezeigt, wie sie die Kapsel gestaltet haben. Und die Kapsel sieht im Prinzip aus, wie die Kapsel von einem dynamischen Mikrofon halt aussieht. Aber die haben oben so eine kleine Pyramide drauf gebaut, so eine Runde. Das heißt, wenn da Plosivlaute drauf kommen, wenn da Luftdruck drauf kommt, dann wird der vor dem Mikro nochmal gesprengt irgendwie. Und dadurch haben die halt eben nicht nur den Schaumstoff drin, sondern da drin nochmal so eine kleine... Wie so ein kleiner Diffusor, ja. Dass da noch keiner drauf gekommen ist irgendwie. Das wird einfach vorher nochmal ein bisschen... Und er sagt, natürlich kannst du da auch Poplaute drin haben irgendwie. Wenn du es drauf anlegst. Richtig, genau. Aber er sagte halt eben nicht so wie normalerweise. Aber mit diesem Formverstärker im Mikrofon, das ist jetzt keine Austrian-Audi-Idee? Nee, das ist schon klar. Wo kommt das her? Also zumindest, ich weiß nicht, ob die es erfunden haben, aber zumindest haben die es mit als erstes dann gemacht. Das war Aston. So wie Aston Martin, nur ohne Martin. Sondern Aston-Mikrofone. Da haben wir letzte Woche drüber gequatscht, als wir beim Olli waren in den Klangfabrikstudios. Genau, die in UK-Mikrofone herstellen. Die haben das Aston Stealth oder Stealth. Okay, auch ein dynamisches Mikrofon. Ein dynamisches Mikrofon. Jain ist so ein bisschen SM7 in modern gedacht. Es hat verschiedene Voicings. Gitarre, Female Vocals, Male Vocals. Und hat eben auch eine, ja, quasi einen Preamp integriert. Wie du schon sagtest, so Cloud-Lifter-mäßig. Also du hast halt einen Gain-Boost, einen sauberen Gain-Boost, damit du mit mehr Pegel dann in deinen Preamp oder in dein Interface reingehst. Und nicht nur das hat mir der Ingenieur nämlich auch erklärt. Er sagte, dadurch, dass wir aktiv sind an der Stelle, ist der Kabelweg egal. Das heißt, egal wie lang der Kabelweg ist, weil er sagte, bei so einem dynamischen Mikrofon verlierst du halt auf Strecke durch die steigende Impedanz verlierst du halt verschiedene Signalanteile. Ja, da muss man aber dann auch schon... Ich kann dir ja nur sagen, was er mir gesagt hat. Aber in dem Fall war es jetzt halt so, er sagte, es ist egal, ob du 3 Meter, 30 Meter oder 300 Meter Kabel hast. Das ist Wumpe. Also 300 vielleicht jetzt nicht, aber du wirst lachen. Rechts unter dir steht eine Kiste. Auch das sieht man im Podcast natürlich nicht. Ja, die muss ich gleich aufmachen. Da ist tatsächlich ein Aston-Mikrofon drin, weil wir ja letzte Woche darüber gesprochen haben, über die Aston-Mikrofone. Und ich mache demnächst ein Video über Mikrofone unter 200 Euro. Also hast du das Origin gekauft? Ich habe mir das Origin gekauft, genau. Also ich habe erst überlegt, ob das Spirit nehme, aber das kostete 330 Euro. Das mit der umschaltbaren Riechtcharakteristik. Und ich habe aber gedacht, die meisten Anwendungsfälle sind ja eigentlich Niere. Also habe ich für 198 Euro das Aston Origin gekauft und werde das jetzt demnächst testen gegen das Rode NT1-A und das Rode NT1, das ich mir auch besorgt habe. Und die drei will ich jetzt mal nebeneinander halten. Und vielleicht fällt mir ja noch ein viertes Mikrofon ein, aber drei ist eigentlich schon eine ganz gute Maßgabe. Und da ist es heute gekommen. Also wenn du das nicht behalten willst, im Anschluss würde ich es nehmen. Ja, der Preis ist wirklich Irrsinn. Also dafür, dass es in England gefertigt wird, wirklich, muss man wirklich sagen, für 198 Euro, das ist echt ein Schnapper. Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt ja, fällt mir auch gerade so ein, wir reden die ganze Zeit so klar darüber, aber wir waren ja letzte Woche auf Reisen. Ja. Das weiß ja eigentlich noch gar keiner. Ach stimmt. Also außer die Instagram-Story-Gucker. Also wenn du lieber Zuhörer nichts verpassen möchtest, dann solltest du mir vielleicht oder mir und vor allem auch dem Björn bei Instagram folgen. Bei mir at Recording Blog. Und bei dir? At Story am Astrich. Bam. So, da folgst du uns und da kriegst du dann auch mit, was zwischen den Videos passiert. Und ja, diese Reise, diese Deutschlandreise, ich habe übrigens schon neue Kontakte gemacht, wo wir als nächstes hinreisen können. Perfekt. Tatsächlich auf der Superbooth. Das heißt, unsere nächste Reise wird voraussichtlich nach Hamburg gehen. Hamburg meine Perle. Ja, genau. Und vielleicht können wir da ja auch mal lecker essen gehen. Du kennst ja das ein oder andere, hast ja hier schon im Podcast berichtet. Da hast du ja noch eine Rechnung mit offen. Da bin ich noch ein bisschen sauer, dass ich da letztes Mal nicht am Essen teilnehmen durfte. Das holen wir dann da in dem Fall nach. Und unsere nächste Reise geht tatsächlich nach Hamburg. Weil ich habe unter anderem, war ein lustiger Fan-Moment, ich bin auf der Veranstaltung von Adam Audio, steht da so rum, und mir läuft die ganze Zeit so ein junger Kerl über den Weg, der mich so anguckt. Und ich bin so Gesichtsliger-Stheniker. Ich kann mir Gesichter und Namen nicht merken. Und habe die ganze Zeit überlegt, der hat dich jetzt schon zum dritten Mal angeguckt. Müsstest du den kennen? Verdammt nochmal, keine Ahnung. Und irgendwann kam er mit seinem Kumpel um die Ecke, können wir ein Foto machen? Und ich so, okay, alles klar, er kennt mich auf jeden Fall aus dem Internet. Und dann haben wir geplaudert, Niklas heißt er, und habe ich auch bei Instagram gefolgt, findest du also als lieber Instagram-Follower bei mir auch, dann in Kontakt zu ihm. Das heißt, glaube ich, Shark Studio in Hamburg. Und der ist eigentlich Metal-Guy, also der kommt vom Metal, vom harten Rock irgendwie, und hat aber ein Studio in Hamburg, wo er auch einen großen Aufnahmeraum dabei hat. Da wird er uns dann wahrscheinlich in Hamburg erzählen können, wie er da rangekommen ist. Und der Raum ist halt auch geeignet für Big Band, jetzt nicht so große Big Band, wie wir sie letzte Woche in den Klangfabrik-Studios gesehen haben, aber so 20 People. Und dann ist er bei einer Produktion auch da rangekommen, macht jetzt halt Jazz und Big Band. Und er scheint sich bei einer Jazz-Aufnahme oder bei einer etwas größeren Jazz-Band nicht so blöd angestellt zu haben beim Mix, dass er jetzt halt auch regelmäßig, obwohl er eigentlich Metal-Guy ist, für Recording und Mixing-Sessions für Jazz und Big Band angefragt wird, in Hamburg, was natürlich mega ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir den Niklas besuchen werden. Sehr schön. Und da war sein Kumpel Kirby noch dabei, der heißt eigentlich Kobinian, Metal-Drama, der wird dann bestimmt auch da sein. Und dann werden wir dann einen geilen Abend in Hamburg auf jeden Fall haben und hinterher lecker essen gehen. Und ich weiß auch schon zwei andere Adressen, die wir auch noch besuchen, von daher müssen wir da wahrscheinlich eher drei Tage einplanen in Hamburg als zwei. Einen Tag zum Drehen und zwei Tage Freizeit. Nein, wir haben ja keine Freizeit. Nein, Leute, wir haben keine Freizeit. Nein, selbstunständig. Ja, genau, 24-7 heißt es selbstunständig. Aber nochmal auf die Reise zurückzukommen vor letzter Woche. Da ist ja am Donnerstag ist das Video rausgekommen mit dem Olli, 30 Minuten mit. Genau, die 30 Minuten mit Olli Wiesmann. Total, also schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es nie gemacht habt. Meine Frau sagte nur, da habt ihr aber ein nices Interview gemacht. Ein nices? Ein nices Interview. Hat das hier nicer, nicer, genau. Gut, dass meine Tochter nicht da war, die hätte diese Ausdrucksweise direkt, wie die die Augen verdreht. Oh, Mama. Mutti einen auf Hipster macht irgendwie. Von der muss ich mich als Boomer beschimpfen lassen. Oh. Bin ich gar nicht. Bin von 71. Die Babyboomer waren vorher. Aber anscheinend scheint es wohl dazu zu gehören. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Olli ist natürlich, also an der Stelle auch liebe Grüße, falls du das hörst. Absolut. War total spannend, auf jeden Fall in den Klangfabrik Schuhe. Grüß, da wird ja dann auch noch mehr kommen, wenn ich das schon so sagen darf. Ja, erzähle ich dir gleich auch noch eine kurze Geschichte dazu. Aber ja, erst mal weiter. Ich bin gespannt. Irgendwas hat technisch anscheinend nicht funktioniert. Nein, natürlich nicht. Sehr gut. Also wir fahren nochmal nach Riedstadt. Nein, nein, nein. Das hat alles funktioniert. Nee, genau. Und sehr, sehr krasse Räume, die die natürlich am Start hatten. Absolut krass. Von Markus Bertram übrigens gestaltet. Genau, MB Akustik. Der hier meine Rückwand auch gemacht hat und mein Studio ein bisschen ausgemessen hat. Wir haben nicht viel hier gemacht, aber meine Rückwand hat er mir empfohlen und wir haben hier eine gute Zeit. Das ist der gleiche Farbton, den ich, glaube ich, bei mir auch im Studio habe. Ich glaube, die gleichen Dinger sogar. Wahnsinn. Ja. Deswegen klingt das so gut, ja. Das muss ja. Kein Wunder. Was für dich gut genug ist, ist für mich gerade recht und billig. Aber das war fantastisch. Möchtest du mir den Backen stopfen oder was? Aber das war schon fantastisch. Und ich habe tatsächlich die Aufnahmen gesichtet hier, die wir gemacht haben. Du hast mit der GoPro gefilmt. Ich bin mit der spiegellosen Spiegelreflex durch die Gegend gelaufen, die uns jetzt hier gerade auch aufnimmt für YouTube. Und was natürlich passiert, natürlich das, was passieren muss, es war unser kompletter, nahezu unser kompletter Gang durchs Studio ist unscharf gewesen. Ich wollte ursprünglich eine schnubbelige Videokamera mitnehmen. Also so eine echte Videokamera von Canon habe ich so eine, eine etwas ältere. Die macht, was sie soll. Die machst du an, drückst auf Aufnahme, ist immer scharf. Weißt du, wie so eine Fernsehkamera. Fernsehkameras sind auch, also klar hast du jemanden, der die bedient, aber die sind halt immer gut. Aber dann sagte irgendjemand, das wäre Old Style. Und dann habe ich gedacht, na gut, soll ich mit dem Handy machen? Das Handy war mir zu doof irgendwie. Also habe ich halt die spiegellose Spiegelreflex genommen. Die ist DSLR, so ist der Fachbegriff dafür. Und die hat halt, drei Viertel unseres Gangs durchs Studio war unscharf. Also habe ich deine Aufnahme verwendet von der GoPro. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich konnte es zumindest so zusammen cutten, dass es so einigermaßen gut ist. Aber einige Schnittbilder waren gut gewesen. Ich habe noch beim Machen noch gedacht, irgendwie, ob du die Schärfe kontrolliert hast oder nicht. Und das kannst du nicht auf diesem kleinen Display so richtig irgendwie. Und das war dann halt das Ergebnis, dass halt die Schärfe, zumindest im Klangfabrikstudio, nicht ganz so gut gewesen ist. Deswegen gibt es ein bisschen weniger Schnittbilder in unserem nächsten Video. Wir haben noch ein weiteres Gespräch mit Olli aufgezeichnet. Genau. Und da gibt es dann aber schöne Schnittbilder nochmal zwischendurch vom Bier, die ich gemacht habe. Da bin ich dann auch nicht nur als Huster mit dabei. Nein, genau. Ich bin ja aufmerksam, war es auf jeden Fall wahrnehmbar. Wobei, ich glaube, deinen Huster habe ich sogar rausgeschrieben. Ja, genau. Ich habe es gar nicht so weit bisher geschafft zu schauen, das Video. Verstehst du? Aber hier Werbung dafür machen, ne? Ich meine ja nur, ihr solltet euch das auf jeden Fall anschauen. Außerdem war ich ja dabei. Genau, ich war ja dabei. Ich habe ja alles überwacht. Du warst ja, das war tatsächlich das erste Mal, neun Jahren einen Recording-Engineer dabei hatte. Das ist verständlich. Und deswegen hat es auch funktioniert mit der Aufnahme. Weil bei mir geht nämlich normalerweise immer was schief. Bei mir war auch alles scharf. Ja, peace scharf sogar. Also der Ton scharf ist auf jeden Fall gelaufen. Nee, und dann sind wir ja einen Tag später, sind wir ja dann noch weiter gefahren. Also noch weiter südlich. Riedstadt ist ja so, ja, einstuches Gebiet Frankfurt. Ja, genau. Da waren wir abends lecker beim italienisch-ähnlichen Restaurant. In Riedstadt meinst du? In Riedstadt. Und am nächsten Tag haben wir dann auch lecker gegessen. Aber bei Markus von Monkey Banana. Genau, bei Monkey Banana. Ja. Total crazy eigentlich, ne? Ja, ne? Also muss ich wirklich sagen, ich war doch sehr beeindruckt auch. Da wird ja dann auch noch auf dem Kanal was passieren. Kommt ein schönes Video noch, genau. Genau. Aber wir können ja schon mal verraten, das Lager, haben wir glaube ich beide nicht gedacht, dass es tatsächlich dann solche Dimensionen hat. Und das war ja nur eine Hälfte, die wir uns angeschaut haben. Ja, und den einen Speaker, den Silverback, den wir uns da angeguckt haben. Den wir zu zweit getragen haben. Der war ja 40 Kilo, wiegt einer. Ja. 40 Kilo, davon brauchst du zwei irgendwie. Ein beeindruckendes Teil und ich hoffe, dass wir den nochmal bei dir im Studio hören können. Ja. Beste Geschichte bei Markus fand ich übrigens, dass der Lackierer ihm die, seine Lautsprecher nicht in diesem Gift grün lackieren wollte, weil die kauft ja keiner. Weil die kauft ja keiner. Und das ist dann seine bestlaufende Farbe. Genau, besser als schwarz. Wie? So viel zum Thema, hör auf alle anderen, die wissen das besser. Ja, vor allem Lackierer für Studiotechnik anscheinend. Ja, aber das Grün ist schon absolute Geschmackssache. Total crazy. Aber auch bei Markus haben wir einen fantastischen Lautsprecher gehört für seine Preiskategorie. Aber da sprechen wir dann... Und der Baboon oder so? Ja, genau. Da sprechen wir aber dann in dem Gespräch drüber. Deswegen lohnt es sich dran zu bleiben und auch dieses Video zu gucken auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir wurden ja dann auch noch fantastisch bekocht, muss man sagen. Oh, und mit Wein versorgt. Das war lecker. Genau, mit Wein, mit Trauben aus Griechenland oder wie war das? Oder nee, nicht aus Griechenland, aber eine griechische Traubenart hatte er extra, weil er wusste, dass du so ein Griechenland-Fan bist. Ja, da kann ich ja nun mal nichts für. Aber ich versuche gerade Adjektive zu finden für unseren Trip irgendwie und es ist also im Prinzip eine akustische wie kulinarische Traumreise durch Deutschland gewesen. Wobei man muss sagen, zwei Sachen noch, vor allem zu kulinarisch. Der Jonas hat zum ersten Mal aus einem Dutch-Ofen... Ich wusste ja noch nicht mal, was das ist. Genau. Also es ist kein... Vielleicht erklärst du mal, was ein Dutch-Ofen ist. Ein Dutch-Ofen ist ein Gusseiserner Topf im Prinzip, wo man eigentlich, ich sag mal ganz lapidar gesagt, da schmeißt du alles mögliche rein oder brätst es an, machst Flüssigkeit rein, irgendwie, keine Ahnung, in dem Fall war es, was hat er drin gehabt, Weißwein, dann war ja auch noch Metaxa drin. Ja, eingelegtes Fleisch hat er noch reingetan. Ja, genau. Ich meine jetzt an Flüssigkeit, jede Menge Gemüse und Kartoffeln hat er reingetan. Und dann machst du einen Deckel zu und dann wartest du, keine Ahnung, anderthalb, zwei, drei, vier Stunden. Und weißt du noch, wie ich es genannt habe? Nee. Nachdem ich es verstanden habe, ein Mittelalter-Thermomix. Alles rein, kochen lassen, fertig. Warten. Genau, also das war ja natürlich ein Highlight, dass du mal... Und es war extrem lecker. Es war wirklich extrem lecker. Es war wirklich sehr lecker. Also nächstes Mal in Holpweg geht es bei mir auf den Balkon und dann gibt es auch wieder irgendwie was vor. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an Markus. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für deine Gastfreundschaft. Es war ganz, 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 ganz großartig. Aber weißt du, das ist mir nachher erst wieder eingefallen, als ich dann so morgens um drei, halb vier im Bett lag, als wir nachts... Ja, weil wir sind ja auch zurückgefallen, genau. Lag ich im Bett und habe gedacht, wir haben jetzt drei Tage über eine Bockwurst von der Tankstelle gesprochen. Und haben keine gegessen. Und haben keine gegessen. Dafür waren wir aber in einer Schokoladenmanufaktur. Aus Versehen. Ja, auch das konnte man bei Instagram sehen. Deswegen ist es lustig, wirklich uns nachzulaufen. Unglaublich. Also, was wir erlebt haben... Ja, und das sind drei Tage. Verrückt auf jeden Fall. Naja, und das steht uns dann halt demnächst in Hamburg auch bevor. Ja, klingt gut. Und wir müssen natürlich den Andi vom Weinyard-Studio auch Grüße an dieser Stelle noch besuchen. Herr Regensburg. In Regensburg, genau. In seinem Studio. Und da werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere Studio im Umkreis finden. Das heißt, unsere Deutschlandreisen gehen auf jeden Fall weiter. Genau. Und da freue ich mich wirklich schon drauf, dass wir da durch die Gegend jetten. Weil auf der Rückreise, das darf ich auch verraten, haben wir ja Lieblingsmusik-Battle gemacht. Das war sehr schön. heiße Musik zugeschossen. Und ich konnte dich überraschen, du konntest mich überraschen. Und wir haben die Rückreise quasi wie im Fluge erlebt, mehr oder weniger. Was war dein Highlight bei der Rückfahrt an den Songs? Oh, das ist jetzt schwierig. Also tatsächlich. Wie hieß denn nochmal diese Scar-Geschichte, die du mir gezeigt hast? The Selector war das, glaube ich. Oder nee, The Specials war das. The Specials, genau, richtig. Was ich irgendwie kannte, aber seit... Wie hieß der Song? Rudy? Ja, gute Frage. Ja, ich glaube Rudy. Oder Trudy, Rudy. Zuletzt gehört vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Vor ewig, genau, ja. Ich kannte den Song... A Message to Rudy, genau. So heißt der Song. Kann sein. Also ich kannte den Song, ich hätte dir aber nicht sagen können, wie er heißt. Das ist so ein typischer Song, der bei uns damals irgendwie so in der... Ich komme ja so aus dieser etwas alternativeren Musikszene. Angepunkten Szene. Angepunkten Szene. Das lief bei uns auch rauf und runter, aber ich hätte dir wirklich nichts sagen können. Das war so mein... Das hat mich sehr gefreut, das mal wieder zu hören und ich hätte es mir in den nächsten 100 Jahren vermutlich auch wieder nicht angehört, weil ich dachte... Dann musste der alte Mann das rauskramieren, aber... Konnte ich dich denn auch überraschen? Ich überlege gerade. Du hast... Also für meinen Geschmack hast du schon fast zu mainstreamig agiert. Oh. Aber es war nichts dabei, wo ich gedacht hätte, oh Gott. Also es war jetzt nicht Modern Talking dabei oder sonst was irgendwie, sondern... Ich glaube nicht. Nee, da war tatsächlich jetzt nichts, was mich mega geflasht hätte oder was mich überrascht hätte oder so. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich mit dem Zeug ja auch irgendwie, keine Ahnung, ins Bett gegangen bin. Ich habe so viel Musik gehört. Aber Wumpe irgendwie. Aber das war eine sehr angenehme Rückreise, die wir da auf jeden Fall hatten, weil es hat wirklich Spaß gemacht, sich gegenseitig einfach mal Dinge zuzuwerfen und zu sagen, hier, das ist Musik, die gefällt mir auf jeden Fall. Und Musik hören ist ja auch, ist so ein Ding. Ich bin neulich wieder gefragt worden, weil ich war ja bei Adam Audio, da diese Boxen anhören. Da komme ich vielleicht jetzt mal gerade zu. Die haben also diese A-Serie neu aufgelegt. Und jetzt waren das nicht alles Boxen, die mich komplett abgeholt haben. Mag auch daran liegen, dass ich nicht bei allen Boxen im Sweetspot sitzen konnte oder so, wo sie sie eingemessen haben. Aber ein Feature, was mich dann schon beeindruckt hat, war, dass du quasi deinen Raum einmessen kannst mit Sonarworks und dann kannst du das Profil, was du an dem Sweetspot hast, kannst du quasi rüberspielen in die Box und hast quasi die Raumkorrektur eingebaut. Im Prinzip so ein bisschen wie mein System hier auch. Das ist ja, der Subwoofer hat ja einen DSP drin und der rechnet hier eine Raumkorrektur rein, die ich vorher ausgemessen habe mit dem, wie heißt das System von Neumann K, MA1 oder sowas irgendwie. Oder M. Und das haben die halt auch dann da integriert. Was zum Beispiel bedeutet für die kleinen A4 irgendwas, heißen die? Vier Zöller dann. Ja, Vier Zöller und dann aber diesen Hochtöner, diesen Seidenhochtöner, diesen speziellen, die die da haben bei Adam. Heißt das auch schon, für den kleinen A4 hast du auch schon diese Raumkorrektur, die du da reinspielen kannst, was natürlich für viele Projektstudios mega ist. Mega. Ja, oder Homestudios, war ja klar. Ja, aber da würdest du ja kein ConiQ dazwischen schalten, du schaltest ja keinen 1000 Euro ConiQ Raum Equalizer dazwischen, wenn du dir für 500 Euro Boxen kaufst oder so. Weil für 1000 Euro kriegst das Ding ja noch nicht mal. Wenn du Glück hast, gebraucht irgendwo, dann hast du aber die Softwarelizenz noch nicht dabei. Ich weiß es gerade sagen, ja. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, klanglich haben die mich jetzt nicht alle zu 100 Prozent abgeholt. Das lag aber mehr daran, dass ich wie gesagt nur bei einem Paar in der Mitte saß tatsächlich und da auch nur meinen Song hören konnte, meine Referenz. Ich habe da von Dua Lipa habe ich Don't Start Now gehört. Das ist für mich so ein Referenzsong, weil das eine extrem moderne Produktion ist, die sehr transientenstark ist, aber trotzdem einen echten Drahtbass drin hat und viele Elemente hat, viel bedient irgendwie. Natürlich auch stark komprimiert ist, aber durchaus ein sehr dynamischer Song ist und der schafft halt die unterste Oktave. Ja, ich weiß, dass das dein absoluter Favorite ist. Ja, als Referenz für ein Boxsystem. Haben wir ja bei Markus von Monkey Banana im Studio auch gehört. Ja. Und ich glaube, bei mir im Studio warst du noch schmacken gemacht. Bestimmt, weil an den Song erinnere ich mich, ich weiß, wie er klingen sollte. Und das ist halt die Erkenntnis aber auch dann wiederum gewesen. Eigentlich ist es Wumpe, welche Boxen du hast. Bin ich nämlich neulich wieder gefragt worden, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, welche denn die besten Boxen sind. Die nächsten. Ja, keine Ahnung, die Antwort kannst du nicht geben. Die Antwort kann eigentlich nur lauten, such dir welche aus, die dir gefallen und dann lern deine Boxen. Na ja, gut, klar. Dann lern, wie deine Musik oder wie deine Lieblingsmusik darüber zu klingen hat und dann weißt du, wie deine Musik darüber zu klingen hat. Aber letzten Endes, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde, ich könnte jetzt ja auch nicht arbeiten bei dir. Ja, glaube ich. Ich bin ja nicht daran, dass dein Raum oder deine Boxen schlecht sind oder so, sondern ich kenne den Raum nicht. Also ich kenne die Boxen, ja, aber die fungieren hier oder funktionieren hier natürlich ein Stück weit anders als bei mir. Ja, ja. Das heißt, letzten Endes auch Boxen zu testen, macht auch nur dann Sinn, wenn du in deinem Raum bist. Wenn du in deinem Raum bist oder wenn du jetzt sagst, ich möchte fünf verschiedene Paare gegeneinander testen, dann aber alle zumindest im gleichen Raum anhören. Wenn du jetzt irgendwo in einem großen, einschlägigen Musikhaus bist, dann testest du sie halt da, aber dann in einem Raum und nicht irgendwie an fünf verschiedenen Ja, ich habe mal gelesen, dass Pros, die in verschiedenen Studios arbeiten, dass die in der Regel einen Stick dabei haben, wo die unkomprimiert ihre fünf Referenzsongs drauf haben und dann schließen die sich im Studio erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde ein und sagen so, dann weiß ich grob, wie der Raum funktioniert, weil ich weiß, wie die Songs zu können. Oder ich erinnere mich an unseren Live-Mischer. Also ich mag Babylon Sister oder Babylon Sister von Steely Den nicht, nicht, weil es ein schlechter Song ist, sondern weil der einfach immer, wenn ich zur Bühne gekommen bin, gelaufen ist, weil unser Mischer hat damit die Anlage eingerauscht. Der wusste, wie der Song zu klingen hat. Das heißt, jeden Abend lief Babylon Sister. Ich mache das mit No Sanctuary hier. No Sanctuary? Klingt nach Beyonce oder sowas. Ich komme gerade tatsächlich gar nicht auf den Artist. Muss ich mal nachgucken. No Sanctuary? Das ist so meine Referenz Nummer 1 zusammen mit Get Lucky, würde ich sagen. Daft Punk. Ja, Get Lucky haben wir gestern auch gehört oder Daft Punk haben wir gestern gehört. was, Megaproduktionen, außer Frage, ich glaube, wir haben Marauder, Giorgio Marauder. Der Song heißt Giorgio, glaube ich, auf dem Album. Was ist denn? Die klingen ja alle relativ ähnlich, aber Get Lucky ist natürlich der Favorit an der Stelle. Was mir bei Get Lucky halt fehlt ist, der ist halt, der klingt wie für Platte produziert, also für LP, weil der halt eben nicht so tief runter geht. Was? Get Lucky? Für meinen Geschmack geht der nicht tief runter. Get Lucky geht total tief runter. Dann gucken wir gleich nochmal auf meinem Pinguin hier, was da geht. Guck mal rein, Get Lucky geht extrem tief runter. Der Bass geht sehr tief runter. Okay, dann kann meine Anlage das vielleicht nicht. Und das ist genau der Punkt, warum ich Get Lucky als Referenzgele nutze, auch für mich, weil da ist eine sehr abwechslungsreiche und komplexe Basslinie drin. Ja, absolut. Und ich für meinen Teil oder für meinen Geschmack und auch für mein Gehör, wenn ich den Song irgendwo höre und ich kann der Basslinie wirklich folgen, natürlich ist nicht jeder Ton gleich laut, aber wenn ich jeden Ton wahrnehmen kann, auch die kleinen, ja fast schon so Ghost Notes wahrnehmen kann im Bassbereich, dann bin ich mir zumindest sicher, dass im Bassbereich grundsätzlich erstmal irgendwie alles ganz, ganz sauber ist. Natürlich nur grundsätzlich. Sie wird daraufhin dann gleich nochmal anhören. Genau. Also das ist für mich, deswegen höre ich den. Also ich höre den nicht, ich finde den teilweise sogar auch ein bisschen harsch an einigen Stellen. Das ist dann so Geschmackssache. Ja. Irgendwie die Hi-Hats oder dann teilweise auch diese, wenn diese Vokoda-Stimme da reinkommt und so. Also das ist Geschmackssache, das ist für mich tatsächlich ganz, ganz viel generell Transienten, Schnelligkeit, also dynamische Wiedergabe so und vor allem eben Bass. Also da weiß ich, okay, wenn aus diesem Bass-Riff irgendwie ein Ton völlig rausdröhnt oder so oder eben nicht hörbar ist, dann ist auf jeden Fall schon mal im Bassbereich irgendwas nicht ganz auf. Okay, alles klar. Also ich habe tatsächlich, das liegt dann vielleicht auch in meiner Anlage, dass sie das nicht kann oder so auch immer. Werden wir gleich checken. Dass ich den Eindruck immer hatte, dass der Song, dass dieses Album eher für Platte produziert ist, weil es eben nicht so tief runter geht wie der Dua Lipa-Song. Es kann aber auch sein, dass in der Produktion von Dua Lipa einfach deutlich mehr Bass reingeschoben wurde. Ja, da ist vielleicht nicht so viel Energie jetzt bei 30 Hertz wie bei Dua Lipa oder 40. Ja, genau. Aber das kontrollieren wir gleich mal. Deswegen, aber ich habe tatsächlich den Song auch mit in der Liste. Ja. Also das ist, Get Lucky ist dabei, weil der halt auch das, was du sagst, die Transenten bietet. Die Produktion mag ich einfach, weil die auch relativ nah an dem ist, was ich gerne mache. Weil das ist ein Drum, es ist ein Bass, es ist eine funky Gitarre. Ich mag den Gesang. Da ist viel drin, was mir auch persönlich in meiner Musik gefällt. Deswegen ist das alleine deswegen schon eine gute Referenz. Was ich so beeindruckend finde, da sind so viele kleine Unebenheiten drin in dieser Produktion. Wenn man mal genau hinhört. Menschlichkeiten, meinst du? Genau. Also wenn man mal genau hinhört, da sind Schmatzer drin in der Produktion, also wirklich Mundgeräusche drin. Okay, da habe ich drauf gehalten. Teilweise, die Chöre sind super geil, sind super authentisch, aber teilweise auch nicht so ganz perfekt übereinander. Also nicht so, nicht jetzt, dass man da kein Blatt mehr zwischen machen könnte. Waren die da loose oder ist das Stilmittel? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so, das ist so die Performance einfach. Also da geht es nicht um Perfektion. Gitarre hat ja Nile Rodgers gespielt. Einer meiner favoriten Gitarristen von Chick damals, der auch Freak Out geschrieben hat und für Sister Sledge gemacht hat, gearbeitet hat. Sister Sledge, die bei den Backgroundsängerinnen waren, bevor sie Sister Sledge wurden. Okay. und Nile Rodgers ist natürlich der Funk-Gitarrist, wenn es um Funky Groove geht. Das ist so ein Das groovt einfach wie Hölle und es gibt heutzutage, wenn du mich fragst, eigentlich in der von mir wahrgenommenen Welt nur einen Gitarristen, der es ähnlich kann, das ist Corey Wong. Ah, Corey Wong, da sind wir wieder beim Thema. Corey Wong, genau, haben wir ja letztes Mal bei dir auch nochmal ein bisschen gehört. Corey Wong and the Wong Notes, der also wirklich das Ganze, der macht das Ganze nochmal auf Speed irgendwie so. Das ist alles nochmal, das ist dann halt 30 Jahre später nochmal. Ja, genau. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Zehn Minuten ist es cool. Genau, das ist, ja genau, zehn Minuten ist es cool und halt der Gitarrist, da habe ich jetzt den Namen vergessen, von Tower of Power, der kann das auch. Der spielt das, der fangt das auch extrem cool weg irgendwie und das ist, da sitzt auch wirklich alles. Und Nile Rodgers, ganz witzige Geschichte, hat viele Sachen, direkt ins Pult gespielt, also direkt ins SSL. Kabel aus der Gitarre raus, in die SSL rein, Gain und ab dafür. Kompressor noch drauf und dann lass gehen, Kapelle. Und diese funky Sounds, da ist kein Amp dabei. Also hier werden zum Beispiel Verstärker rechts neben uns steht mein Fender Twin Reverb, der also ein perfekter Amp dafür zum Beispiel wäre, um so einen Sound aufzuschneiden. Nile Rodgers hat das Kabel direkt ins Pult reingesteckt, keine Gefangenen gemacht und ab dafür. Wo du gerade sagtest, Tower of Power. Weißt du noch, letzte Woche auf der Rückfahrt, aus von, wie hieß denn mal der Ort, Emmelding? Ne. Ja, irgendwie so. Bei Karlsruhe. Ja, ja. Badender Land, wie wir dann gelernt haben. Ja, genau. Genau. Auf der Rückfahrt hast du mich gefragt, dass das Konzert, irgendwie das krasseste Konzert, auf dem ich war, das war, habe ich dir doch erzählt, Tower of Power im BB King Club in New York. Genau, hast du erzählt, worüber ich dich übrigens sehr beneide. Ja, wo du gerade Tower of Power sahst, unglaublich, wie die Jungs sich da auf einer, keine Ahnung, gefühlt fünfmal drei Meter großen Bühne oder so oder viermal drei Meter große Bühne zusammen. Wie groß ist die, zehn, zwölf Leute? Ja, gut, vielleicht, ich bin mit Maßeinheiten immer so schlecht, vielleicht war es auch sechsmal drei Meter oder so. Auf jeden Fall haben die sich da drauf gequetscht, also, die konnten auch keine Choreo oder so machen, das ging gar nicht. Also, die standen halt einfach da, der Bassist saß halb auf dem Schlagzeug drauf gefühlt. Unglaublich geil, einfach nur durch Zufall, wir latschen da durch die Stadt tagsüber und lesen halt Tower of Power live und dann, ja, wann ist denn das? Ja, oh, fragen wir mal, ob es Karten gibt. Ja, gibt es ja eh nicht. Ja, gibt Karten, ich habe drei. Was ist jetzt los? Genau, auf Tour, als wir auf Tour in den USA waren mit dem Orchester, waren wir drei Jungs abends im BB King Club gesessen haben furchtbar, furchtbar teures Bier getrunken. Aber mega geile Musik gehört. Aber haben sehr, sehr gute Musik gehört und die haben auch echt lange gespielt, die Jungs. Also wirklich mega geil. Ja, die scheinen immer noch Bock zu haben, zu spielen. Tower of Power gibt es ja seit Ende der 60er, das darf man ja nicht vergessen. Das ist eine der ältesten Bands auf dem Planeten, direkt nach den Stones wahrscheinlich und The Who vielleicht noch. Aber Tower of Power gibt es ja seit Ewigkeiten auch in Wechsel, also wechselnde Besetzungen betreffen ja hauptsächlich den Sänger und meine Initialzündung war ein ziemlich berühmtes Konzert. Das möchte ich jedem Zuhörer auf jeden Fall empfehlen. Das kann man nämlich bei YouTube noch sehen. Das war Tower of Power bei der Sendung ohne Filter. Das war früher eine Band-Sendung, eine Live-Sendung, wo halt Bands live aufgetreten sind, ohne Filter in so einem Club. Und da wurde auch gespielt ohne Filter. Und da stürmte halt, Tower of Power stand schon auf der Band und dann stürmte dieser gelbe Wirbelwind, so ein Sänger, der hatte so gelbe Labberklamotten an und lange Haare bis zum Hintern irgendwie und ist für mich bis heute der beste Sänger, den die bis dahin hatten oder auch bis heute hatten und hat ein Feuerwerk abgesprüht. Das ist unfassbar. Wenn du dir das heute anguckst, wenn die Soul with a Capital S spielen, dann ist einfach, dann ist alles erzählt. Danach gibt es keine Fragezeichen mehr und dann bist du wirklich komplett drauf und dieses Konzert dauert irgendwie eine Stunde oder so. Und da ist es eben nicht wie bei Corey Wong, dass ich dann nach zehn Minuten satt bin, weil es einfach so tight ist und so abgefahren ist. Ja, es ist aber halt nicht so, man wird auch nicht so überfordert irgendwie bei Tower of Power, finde ich. Ich meine, das ist auch alles sehr, sehr komplex und sehr, sehr genial gespielt, aber es hat auch, es hat auch mal mittelaufregende Momente und nicht nur so, nicht nur hier oben so und die ganze Zeit, wo du denkst, ja, okay, lass mal irgendwie, mach mal fünf Minuten Pause. Also es ist eben halt nicht die ganze Zeit höher, schneller, weiter. Und das ist halt der Unterschied vielleicht. Und nichtsdestotrotz, Corey Wong und The Wong Notes, Megaband, eine der besten Funkbands absolut aktuell auf dem Planeten. Und wenn die mal irgendwo in der Nähe sind, dann... Was ist der zu empfehlen bei YouTube, ne, gibt es auch das ganze Konzert? Ja, habe ich schon gesehen, ne, genau. Das hast du ja gezeigt, genau. Ja, genau. Ich muss das in den Episoden immer gucken, so Viertelstunde, 20 Minuten. Wie Anfang Mai jetzt, ne, oder in April, irgendwie jetzt in dem Dreh, ne. Wenn ihr mal, wenn ihr das eingebt bei YouTube, dann gibt es da Dreiviertelstunde oder Stunde dauert das Video. Ja, es ist auf jeden Fall... Es gibt auch Unmengen an Videos drumrum, auch Probenvideos teilweise, wo die einfach noch nicht ihre Showklamotten anhaben, aber einfach schon auf dem selben Niveau tausend Prozent abliefern. Und es ist ja selten, dass Künstler bei Proben tausend Prozent abliefern. Ich kenne eigentlich nur einen Künstler, der bei Proben genauso viel Feuer hat, wie wenn es live und ernst wird. Und jetzt wirst du dich wundern und der Zuhörer wird sich auch wundern, aber der Künstler ist Florian Silbereisen. Okay. Der ist... Ich habe ja früher in einem anderen Leben auch viel in Fernseeproduktionen abgehangen. Ich glaube, neulich noch einen Backstage-Pass gefunden, wo ich auf einer großen ZDF-Produktion mit Mike Krüger gewesen bin. Und Florian Silbereisen, der ist bei Proben immer zu tausend Prozent an. Immer. Das heißt, es gibt... Der hat eigentlich... Der hat keinen irgendwie 50-Prozent-Schalter oder ist ja nur eine Probe oder sonst was. Nein, der Typ ist immer authentisch, immer an, immer nett, immer professionell. Einer der professionellsten Künstler, die ich so bei Proben gesehen habe. Sehr schön. Und ist wirklich... Von daher... Man muss seine Musik nicht mögen oder seinen Schauspieler oder sonst was irgendwie. Aber vor dem Künstler Florian Silbereisen ziehe ich lang den Hut, weil es gibt wenige Leute, die so echt und authentisch und intensiv und glaubhaft sind. Und ich habe mal ein Konzert mit ihm gesehen, da hat er mit den... Mit Brinks, genau. Hat er mit Brinks gespielt. Brinks haben in so einem kleinen Kellerclub in Köln gespielt irgendwie. Und Florian war in der Stadt und ist vorbeigekommen und der spielt ein Höllenknopf-Akkordeon. Und Brinks waren am Abrocknen und Florian kommt auf die Bühne und rockt mit denen, was das Zeug hält. Ich meine, in dem ist natürlich auch irgendwie im Herz ist er ein Rocker. Aber es war schon richtig, richtig gut, was da abging. Und da auch eine Million Prozent auf der Bühne. Du hast gedacht, der Typ, der zündet jetzt gleich noch die Welt an irgendwie. So kommt der rüber. Und diese Energie, die der auf der Bühne hat, die überträgt sich natürlich auch aufs Publikum. Du kriegst ja nur die Energie vom Publikum wieder, die du auch reingibst. Das ist so eine alte Regel. Wenn du also urschluffig irgendwie auf der Bühne stehst und du vor dir hingerufst, ja, dann kann man das gut finden. Die Musik kann auch gut sein, aber du zündest halt keinen an. Und der Typ ist die... Ja, das ist wirklich fantastisch. Ich werde oft unterschätzt. Ich werde oft unterschätzt. Also generell so alles, was eben jenseits der Popmusik irgendwie, ob es Schlager oder Volksmusik oder was auch immer ist, das wird immer so abgetan. Das ist irgendwie so, ah, hör mir auf, hier Musikantenstadel. Es wird halt immer noch dieser schmierige 80er-Jahre-Schlager, deutsche Schlager da so reingeworfen oder mit verbunden irgendwie. Und keiner mag das, keiner hört das, aber trotzdem verkaufen die ein paar Millionen Platten oder haben mittlerweile, sagt man dann, ein paar Millionen Streams. Keiner mag es, alle finden es doof und hör mir auf mit Atemlos und hast du nicht gesehen. Aber man muss auch mal sehen, was eigentlich dahinter steckt hinter so einer Produktion. Ich weiß es ja, ich bin ja in so einigen Schlager-Geschichten involviert gewesen oder bin ich auch involviert. Und das, was dahinter steckt, ist letzten Endes, gerade heutzutage, wenn man sich diesen Pop-Schlager, nennt man das ja dann eher schon so anhört, das ist eine ausgewachsene Produktion. Das ist nicht mehr Schlichte-Schlichte. Wenn die Englisch singen würden, könntest du die direkt neben Taylor Swift stellen, so. Ja, oder halt neben, der eine sagt dann, keine Ahnung, wenn, sag ich jetzt mal ganz lapidar, wenn Closur oder Mark Forster so einen Song rausbringt, dann ist es deutsche Popmusik. Ja, ja, genau. Und wenn Helene Fischer oder keine Ahnung, zum Beispiel mein Kumpel Alex Engel, zum Beispiel, den hast du ja auch schon mal kennengelernt bei mir im Studio, wenn der den Song rausmacht, ist es halt Schlager. Und dann ist es halt für einige Leute, boah, hört mir auf, das ist ja Schlager. Geh mir weg mit Schlager. Man wundert sich immer, wie viele junge Menschen man bei diesen Veranstaltungen sieht. Florians Schlager-Party, das Publikum, was da rumläuft und total begeistert ist, ist ja nicht gecastet. Du kannst ja nicht eine 2000er oder eine 4000er-Halle Carsten oder so. Das sind Leute, die das wirklich geil finden. Und interessanterweise aus dem Bereich ja auch die einzige Künstlerin, die bei Deutschland sucht den Superstar tatsächlich hervorgegangen ist und erfolgreich geworden ist. Beatrice Egli. So ist es. Die einzige Künstlerin, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Alexander Klaas ist sicherlich ein erfolgreicher Künstler, aber auf dem Niveau von Beatrice Egli funkt keiner, der bei DSDS rausgekommen ist. Und die Frau ist wirklich, und die Frau auch, die hat eine Begeisterung, eine Freude. Ich habe sie auch schon Backstage gesehen, wie die mit ihrer Band da rumläuft und die sind auch so eine Crowd irgendwie. Sehr authentische Frau. Maximal authentisch. Bildhübsch natürlich auch. Auch das noch, ja genau. Und halt diese Begeisterung, trägt halt dieses Feuer, diese Begeisterung, diese Freude, die halt auch wiederum das Publikum ansteckt. Und deswegen auch mein Tipp an alle Bands irgendwie, Leute, wenn ihr spielt, vorne ist die Musik und nicht auf dem Griffbrett, nehmt die Leute mit, zündet die an und macht eine Party. Genau. Und dann kann der Ton nochmal daneben gehen. Das ist völlig egal, weil die Energie muss stimmen. Und nur wenn du die richtige Energie auf der Bühne hast, dann zündest du auch dein Publikum an. Und an alle Top 40 Kammerbands, der Notenständer nicht auf Augenhöhe, bitte auf der Bühne. Kein Notenständer. Einfach mal Songs auswendig lernen. Aber wenn, dann bitte nicht den Notenständer drei Zentimeter unter die Nase ziehen. Und sich dahinter verstecken oder sonst was. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann das ja nachvollziehen. Auch kein einfaches. Nein, ich wollte gerade sagen, wenn du ein Repertoire von 400 Songs hast, da kann ich mir auch nicht mehr jeden Song merken oder jeden Text oder jeden Ablauf oder sowas meinen. Das ist ja sowieso, ne? Guck mal, jetzt Brille, ich verstecke ja schon, dass mir die Haare ausgefallen sind, liegt nicht daran, dass mir einfach die Haare ausfallen sollen. Stimmt, jetzt wo du sagst, Brille. Sonst setzt du die beim Podcast immer ab. Ja, ich habe sie jetzt aus Versehen gerade vergessen abzusetzen. Du kannst es ja tragen. Jetzt sehe ich dich wenigstens in scharf. Full HD. Ja, in 4K sehe ich dich jetzt. Zumindest nicht in ultra wide. Ja, wir arbeiten dran. Das bin auf jeden Fall mal sicher. Fischei. Ja, ganz genau. Eigentlich könntest du auch hier noch so eine, bei dir im Studio in die Ecken irgendwie so eine Kamera machen mit so einem Fischei. Habe ich überlegt, aber es gibt tatsächlich schon diese eine Einstellung bei einem anderen YouTuber und dann habe ich überlegt, ob das jetzt zugeklaut ist, wenn ich diese noch irgendwo anbringe und habe mich dann dagegen entschieden. Eigentlich ist das viel zu cool, der Raum, um den nicht komplett zu zeigen. Ja, vielleicht soll ich mal eine Roomtour machen. Vielleicht ist da ja Bedarf, aber dafür dann die kürzeste Roomtour der Welt irgendwie. Das ist dann 13 Sekunden. Guck in meinen Raum. Aber wenn du aber über jedes Teil, was hier steht oder hängt, sprichst, dann bist du aber vier, fünf Stunden weiter. Dann muss ich einen Livestream machen. Ja. Dann gehe ich zu jedem Teil vorbei. Also allein die Besser erzählen ja schon Geschichten. Da vorne hinter der Kamera hängt meine allererste E-Gitarre, die auch schon sehr, sehr alt ist. Eine Japan-Kopie einer Vox-Gitarre. Eiförmige Gitarre. Die ist sensationell. An der Wand, wenn man sie anguckt, zu spielen ist sie nahezu nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf darf. Darauf habe ich meinen ersten großen Erfolg gefeiert, weil ich war nämlich in der Schule der Einzige, der das Solo von Geschwisterliebe von den Ärzten spielen konnte. Und weißt du, weswegen? Also A, weil ich es greifen konnte und so weiter, weil ich es mir natürlich wie damals schon, wie heute, sauber rausgehört habe, aber weil das Ding in einen Jammerhaken hat, der genau diesen Sound auch macht, den man dafür das Solo brauchte. Ich habe es gerade nicht im Ohr. Geschwisterliebe? Ja, also Geschwisterliebe, aber das Solo habe ich nicht. Die, 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 das man nie vergisst irgendwie. Und dieser Teil, die, 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 der war schwer. Einfach, also ich kann bis heute nicht das Solo von Jump spielen, weil dafür bin ich nicht fähig, aber das war so gerade so am Rande meiner Fähigkeiten, die sich seitdem auch nicht deutlich verbessert haben. Dafür spiele ich einen besseren Rhythmus, aber das war damals und es war uns verboten. Und du kochst mittlerweile einen besseren Kaffee. In der Tat, aber es war uns damals verboten worden, das live zu spielen, aber wir waren ja Outlaws, also Ärmel hochgekrempelt beim Jugendzentrum und den Song dann doch gespielt. Ey, erster Auftritt von meiner damaligen Band in der Schule auf dem Schulfest. Ja. Eigentlich draußen auf dem Schulhof, aber hat geregnet, also wurde das kurz dann in die Aula verlegt. Wie alt war ich? Zwölf, glaube ich, oder dreizehn. Und wir hatten eine Punkband namens Corrosive. Okay. Also zu deutsch ätzend. Ja. Müsst ihr mal, bei YouTube gibt es noch ein paar, wobei, nee, schaut besser nicht. Schaut einfach, ich habe nichts gesagt, da gibt es auch keine Aufnahmen, gar nichts zu. Du bist der Typ mit dem grünen Iroh, ne? Oder war das später? Ja, da gibt es, glaube ich, tatsächlich keine Aufzeichnungen zu. Jonas hat sich versprochen, er wollte sagen, mit dem Mittelscheitel und dem schönen gebügelten Hemd. Auf jeden Fall haben wir da auch so rückwirkend, also wir haben teilweise gecovert zu dem Zeitpunkt. Queen Day, wie gesagt, Toten Hosen, Wieso, habe ich dir auch gezeigt, aber auf der Fahrt, die alte Deutschbank-Band unten aus Sindelfingen. Das ist übrig geblieben tatsächlich. Das war cool. Mega witzig. Meine Welt. Und wir hatten auch so ein paar eigene Songs und wir haben halt tatsächlich von Wieso damals ein Lied gespielt, was auch auf dem Index steht. Ja? Bis heute? Ja, also das Lied darf nur ohne Gesang, also ohne Text gespielt werden. Okay. Ich werde jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Okay, alles klar. Genau. Ich weiß nicht, verjährende Indexverstöße. Ne, das muss tatsächlich wieder neu geprüft werden. Und dann muss entschieden werden, ob das im Kontext des aktuellen Zeitgeschehens, ob das dann freigegeben werden kann oder nicht. Ne, ne, das wird auch heute definitiv. Ich glaube, Geschwisterliebe und Claudia hatten einen Schäferhund und sind, glaube ich, bis heute auch immer noch auf dem Index. Genau. Und das haben wir da damals gespielt und ich werde jetzt nie vergessen, wie dann so die Lehrerschaft und natürlich auch unsere vermutlich eigentlich stolzen Eltern kurz überlegt haben, was denn ihre netten Söhne da auf der Bühne muss das so laut sein, war da das Erste? Okay, das kann man ja argumentieren. Muss? Ja, muss. Also um auf die Frage zu antworten, ja. Aber mit den Texten, das war dann doch zumindest mal ein kurzer Diskussionspunkt an der Stelle. Okay. Aber unser damaliger Schulleiter hat sich dafür eingesetzt, also es gab eine Musikleiterin, die wollte unbedingt den Strom abstellen, damit wir nicht mehr weiterspielen können. Okay. Unser damaliger Schulleiter hat sich aber dann dafür eingesetzt, nein, das war so ein bisschen 68er-Bewegung Ja, großartig. der Liebe her, dem habe ich ganz, ganz viel auch zu verdanken, ganz lieber, total netter, fürsorglicher Typ, ich glaube, einen viel besseren Schulleiter kannst du dir gar nicht backen, als er war. Ja. Er hat gesagt, nein, das ist hier freie Meinungsäußerung, gut, der wusste mit Sicherheit nicht, dass der Song auf dem Index steht, aber auch so generell, der hat gesagt, nein, da stehen Leute vor der Bühne, die finden das total toll, die Leute freuen sich, die Jugendlichen und wir lassen das an, weil das gehört auch dazu. hat er auch eigentlich recht. Ja, hat er tatsächlich recht. Da schlagen wir wieder den Kreis irgendwie, ein bisschen auch, was wir gerade sagten, Schlager, was weiß ich, Florian Silbereisen, du darfst, also von vorne herein, eine gewisse, einen gewissen Musikstil oder ein, weiß ich nicht, eine Jugendkultur oder irgendwas, einfach von vorne herein zu schlecht zu machen oder zu sagen, das finde ich doof, das finde ich scheiße. Greift zu kurz, ne? Ja, definitiv. Also muss ich ganz ehrlich sagen und da fällt mir, worauf ich hinausworte, fällt mir tatsächlich ein, vor ein paar Tagen, habe ich auf dem Sofa gesessen abends irgendwie mit meiner Freundin und wenn mir so liegt, habe ich immer wieder Lust, einen Film zu schauen abends, dieses typische, was gibt es denn Neues bei Netflix oder oder keine Ahnung was. Bei uns heißt das dann immer, was gibt es denn Neues bei Hitlers und dann gehen wir hinten auf ZDF History oder sonst was. Was ist eigentlich, gibt es eigentlich was Neues bei Hitlers? Schön ein paar Dokus gucken. Ja, irgendwie sowas, weil da kann man den Kopf so schön bei ausmachen. Ja, und die hatten halt Bock irgendwie auf einen Film und tatsächlich, kennst du den Film Blutbrüders? Ja, mit Sido ist das. Das ist ein Zeichendrückfilm mit... Ne. Ah, ne, dann, ne. Das sind Bärenbrüder. Bärenbrüder. Ups. Ne, Blutbrüders mit Z hinten. Ne, kenne ich tatsächlich nicht. Es glaube ich so, jetzt, oh je, jetzt begebe ich mich schon wieder auf gefälliges Terrain. Ich weiß nicht, ob es... Fälliges Hals ist. Es glaube ich ein bisschen angelehnt an Sidos Geschichte, nicht eins zu eins. Er heißt da, ich weiß gar nicht, Ottis. Saldu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, ich komme ja auch jetzt nicht aus der Rap-Szene oder höre jetzt irgendwie privat den ganzen Tag Hip-Hop oder so. Ich arbeite natürlich auch viel in dem Genre, was mir auch total Spaß macht. Ja, vor allem kannst du deine Boxen da mal ausfahren. Genau, aber so mit dieser Jugendkultur-Rap-Hip-Hop-Szene, natürlich in den 90ern noch eine ganz andere Szene als jetzt. Total, ja. Da war ich aber halt nie so drin persönlich und trotzdem habe ich in diesem Film meine Freundin ist ähnlich, hat auch mit der Musik nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Ja, weiß nicht, ich müsste mal hinkucken, wenn wir, ich sage, ja komm, können wir ausmachen, wenn er dief ist. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Und jetzt mal dahingestellt, ob Sido jetzt der geborene Schauspieler ist oder nicht. Er hat selber gespielt. Ja, ja, genau. Okay, verstehe. Es ist halt eine deutsche Produktion, da sagen auch schon einige aus Prinzip, naja, okay, vielleicht nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sind so viele Sachen, da ging es ja auch darum, die bauen sich ein Label auf und wollen halt ein Tape aufnehmen dann, ey, ihr braucht ein besseres Mikro, da braucht ihr was von Neumann oder AKG und so. Da habe ich auch noch so dran gedacht, das ist völlig egal, ob du jetzt Rap oder Hip-Hop machst oder ob du Rock oder Metal damals, wir haben halt irgendwie so Rockmusik, Punk, Metal, was auch immer gemacht und trotzdem waren wir irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, unsere Gesangsanlage hat man ja damals auch gesagt, unsere PA für 190 Euro, die reicht jetzt irgendwie nicht mehr, weil uns versteht keiner, wenn wir damit spielen, ne, und dann brauchen wir ein anderes Mikro und jetzt wollen wir eine Demo aufnehmen, wie machen wir das denn jetzt? Also diese ganzen, das ist alles genau das Gleiche. Im Prinzip willst du dich ausdrücken, du willst Musik machen, du willst gehört werden, du bist mit deinen Buddies, mit deinen Kumpels zusammen irgendwie und ich finde, mittlerweile ist das ein bisschen verschwommener geworden, aber so, als ich jung war, also sagen wir mal, vor 15, 20 Jahren, ja, aber so, ich sag jetzt mal, vor 12, 15, 20 Jahren so in die Richtung, da war das doch noch viel getrennter, finde ich so, da war so Hip-Hop, da waren so die Rocker, Metal-Fraktion und dann irgendwie, weiß ich nicht, die Grungis und das war bei dir mit Sicherheit, ne, nochmal irgendwie 15, 20 Jahre weiter zurück, nochmal anders, ja, ich glaube, das gab es in jeder, jeder Epoche, also so wie es die, die, die Mott und die Popper gab in den 60ern, Popper gab es selbst bei uns in den 80ern noch, gibt es sogar noch Berichte drüber, was, so ein Jugendbericht aus dem Fernsehen, WDR, was macht einen Popper aus, das waren dann die, die so einen Scheitel getragen haben, übers rechte Auge drüber und so die richtigen Sachen, Klamotten tragen mussten, dann gab es uns, ich war zu der Zeit in der 50-Szene drin, das heißt, wir haben Rockabilly und Psychabilly und mit einem Hörnchen durch die Gegend gelaufen, die Haare hochtoupiert und irgendwie College-Jacke an und richtigen Schuhe musste sie anhaben, Doc Martens mussten es sein und eine enge Hose, am besten eine Levi's 501, genau, aufgekrempelt, viel zu lang und so weiter und es gab halt auch die Punks, natürlich, dann kam irgendwann, kam diese Asset-Szene auf, die mit diesen Smileys rumgelaufen, diese Vorläufer quasi vom Techno und diese ganze Bewegung, wo ich damals noch gesagt habe, ja, versendet sich, nee, hat sich nicht versendet und es gab immer diese Szenen, diese Strömung und so weiter und trotzdem finde ich es gut, wenn man vielleicht in Altersmilde oder sonst was irgendwie einen Respekt gegenüber den anderen aufbaut, weil es sagt, das was du gerade gesagt hast, die Probleme waren überall dieselben, ob du eine Punkband, eine Rockband oder eine Schlagerband bist, wenn du bei allen das runterbrichst, ist die Technik immer das, was gebraucht wird, um das Ganze zu verstärken und da sind die Probleme bei allen gleich, vielleicht bei uns als Punkband, ich habe ja auch eine Punkband gespielt mit Knallertiteln wie The Swamp Blues, das war dann so ein Hillbilly Swamp, keine Ahnung, Sound, total im Hall versenkt, muss ich dir mal vorspielen, da habe ich noch eine Kassette von und unserem Anarcho, alle spielen alles, Song, Stalin is dead, but he's everywhere, ja, was denn, Anfang der 90er ging so ziemlich alles, irgendwie, muss ich dir mal vorspielen, mega, und da ging es einfach darum, da sind wir einfach mit der Anlage nicht über die Anlage, über die Lautsprecher hinausgekommen, das heißt, der Gesang war kaum zu verstehen, unsere Lautsprecher, unsere Verstärker, da steht noch mein Champ 12 hier rechts, das war mein Verstärker, mein Gitarrenverstärker damals, der war natürlich nicht laut genug mit 12 Watt, hier drin kann ich den kaum aufreißen, aber natürlich im Jugendzentrum war davon nichts zu hören, mit anderen Worten, es war ein riesen Kuddelmuddel, aber, und da kommen wir wieder zurück, die Energiestimmte, die von der Bühne kamen und damit haben wir dann wirklich alle Leute mitgenommen im Raum und einfach eine riesen Party gefeiert und das war schon sehr geil. Ja, so seit, ich glaube seit Linkin Park und Jay-Z war das ja, oder? War das Jay-Z? Weiß ich nicht. Oh je, jetzt habe ich schon wieder, die haben noch ein Album gemacht zusammen, oder nicht? Kann sein. Mit Nump und so. Ja, aber war das Jay-Z? Nee, das war nicht Jay-Z. Nee. Wer war das? Linkin Park? Das war, ist dann, hätte ich verstanden, einer von Tod, von Linkin Park? Naja, der Sänger, Chester Dings. Genau, ja, genau. Nee, aber die haben doch Anfang, Anfang der 2000er mit, mit irgendeinem, ähm, Hip-Hop-Rap-Artist, äh, haben die zusammen ein Album gemacht. Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Ähm, oh je, ich weiß, wir werden wahrscheinlich ganz, ganz viele Zuhörer haben, oder Zuschauer haben, die sagen, ach Leute, das ist doch klar. Ja, können wir uns das Video schreiben, damit wir das auch lernen, welches, welches, welches Album das war. Das, das wäre gut, ich komme gerade nicht drauf, das war ja dann so, so der Beginn, also sicher gab es auch vorher schon ganz viele Crossover-Projekte, aber das war halt wirklich so, so diese, diese, ähm, ja, Linkin Park ist jetzt kein Metal, aber so dieses New Metal, weiß ich nicht. Ja, New Metal würde man es sagen. Ja, genau, dann eben mit, mit Hip-Hop, mit Rap gemischt. Ähm, das ist ja genau das, was ich meine. Also ich habe schon, kann ich aber, kann ich aber eine frühere Produktion noch reinwerfen, wo das schon gemischt wurde. Run DMC und Aerosmith. Richtig. es gab es ja immer wieder. mit einem Orchester, äh, mit, mit Udo, zusammen, Udo Dicksteiner, äh, ehemaliger Sänger von Accept, habe ich schon auf dem Wacken, ähm, ja, performt, oder wie auch immer. Warst du der Dirigent, oder was hast du gesagt? Nee, 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 ich war, ähm, in dem Fall, ähm, stammten die Orchester-Arrangements, äh, zum großen Teil von mir. Wow. Und ich war als zweiter Mann am Mischpult sozusagen. Mega. Also so ein bisschen derjenige, der den eigentlichen Mischer, Live-Mischer, dem lieben Arne, darauf hingewiesen hat, wenn im Orchester irgendwas passiert, was er fahren muss, also was er dann, ja, irgendwelche Cues oder sonst was irgendwie. Genau, da ist jetzt irgendwie ein Triangel-Solo-Schlag, oder musst du irgendwie den Kanal so und so hochziehen, oder da kommt jetzt ein Oboen-Solo, oder was auch immer. Ähm, das war sehr, sehr spannend, natürlich das Projekt, also Heavy Metal meets Orchester. Warst du dann so eine Art Musical Director auch irgendwie? Ja, nee, also da gibt's ja ein Dirigenten-Orchester, ähm, das, das ist dann schon so, aber ja, so ein bisschen dieses Gesamtpaket Band und, äh, das Bindigling. Orchester, ähm, schauen, dass alles passt, dass alle zufrieden sind. Ähm, zwar war auch sehr, sehr interessant, gibt's übrigens auch eine, eine Live-DVD und Live-CD, nicht von, nicht von Wacken, aber, ähm, von einem Konzert, in Tuttling, das war auch in Süddeutschland irgendwo, ähm, A Navy Metal Night, wie hieß das Ganze? Okay. UDU meets, äh, Marine Musicor Nordsee, ähm, also Military Orchester war das damals. Ja, ja, ja. Ähm, und, ähm, total, total brutal, so dieser ganze, dieses ganze Apparat, das war auch noch mit Chor, natürlich noch dabei. Wie viele Leute wart ihr denn dann unterwegs? Ähm, wie viele Leute waren das? 50 Mann Orchester, plus Bam, plus Crew, plus, äh, plus Chor, äh, das war schon, das war schon heftig. Also, da lagen dann mal, äh, geschmeidige, ja, knapp 90 Spuren lang, glaube ich, am Pult dann an, äh, beziehungsweise an den Pult hin, es wurden dann zwei riesige Soundcraft-Konsolen, krass kadiert, damit man das dann überhaupt noch, äh, äh, bewerkstelligen konnte. Ja, das war ja noch vor den digitalen Zeiten, wo man das, ne, ne, das war schon digital. Ja, aber du musst ja trotzdem, wenn das Pult, äh, 64 Kanäle hat, dann kommst du mit 90 Finale, genau, ja. Dann kannst du halt, und das ist schon ein großes Pult. Ja, Wahnsinn, davon musst du uns das nächste Mal nochmal erzählen, weil ich glaube, wir kürzen an dieser Stelle jetzt mal kurz diese Geschichte ab. Sehr gut. Und wir sehen uns dann nämlich nächstes Mal und hören uns vor allem nächstes Mal dann wieder hier im DRW-Versteher-Podcast. Wenn du noch Fragen haben solltest, kannst du das über YouTube unten drunter schreiben oder natürlich bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Kann man da auch kommentieren? Kann man, ich glaube, ja, man kann aber zumindest bewerten und natürlich abonnieren, das empfehle ich dir auf jeden Fall, das zu machen, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst, wenn unser Freund Björn wieder sagt, es gibt Quarkpätschen. Was soll ich jetzt sagen? Da kennst du das nicht, das ist so ein Zitat jetzt gerade. Schaltet sich auch das nächste Mal wieder ein, wenn... Wenn es heißt... Das ist aber bei der Muppet-Show. Das machen wir jetzt mal hier so. Schaltet sich auch das nächste Mal wieder ein, wenn unser Freund Björn sagt... Es gibt Quarkpätschen. So sieht es irgendwie aus. Der DRW-Versteher-Podcast. Beim nächsten Mal. Mal gucken, wo wir uns dann treffen. Bis dahin verabschieden Björn und ich uns hier aus dem Junior-Studio, so nenne ich das ab jetzt einfach immer konsequent, mit einem schönen Schlückchen Kaffee noch und Quarkpätschen. Wir sehen uns hier und hören uns vor allem die Tage wieder. Macht's gut. Bis dahin und... Ciao. Jassas. Sehr gut. I like. Ah, schön. So, 65 Minuten. Jetzt muss eigentlich nur noch die Aufnahme geklappt haben. Hier war das. Hier muss man... Ich bin jetzt mal die Aufnahme geklappt haben. Ich bin jetzt mal die Aufnahme geklappt.